Ja, hier ähm, zur fünftzehnten Folge von... Das muss jetzt ein Special werden. Jajajajaj. Und huuu! But, ja ... Okay, Kevin ich würde sagen, die beschäftige ich dich. Die letzte Folge, die eigentlich gestern... Ich sage jetzt mal, eigentlich, wie ich gestern gekommen wäre, oder ist, wir machen eine Session, ich weiß nur, ob der Tobi sich hier reingestellt hat, scheiße. Wo ist denn die wertvolle Ruhe? Ähm, die hinten links, das ist die wertvolle Ruhe. Ui. Hast du jetzt die Eisen eingesammelt? Ja. Hast du jetzt das Holz mit? Nö. Wozu? Nö, überhaupt nö. Ich sehe es ja nur unten bei dir. Na? Ey komm, ich brauche nur was für den Kellerboden. Du musst erst mal mich um mein Feld kümmern, um unser Feld. Ach ja, gib mir mal ein paar Nahrung ab. Ey, ich brauche ja wirklich was. Ach, meine Nahrung. Ach, was ist unser Feld? Jetzt ist es deine Nahrung. Was ist denn gut? Hä, was wissen wir jetzt? Ich habe doch auch kein Getreide an Nahrung. Äh, Mürren kann man ja essen. Ja, die sind doch in der Ruhe. Na ja. Ja, na ja, hol sie dir doch. Na ja, gib da einfach mal was ab. Verstehst du dein Problem dazu? Ich verstehe jetzt auch gerade nicht. Entschuldigung. Ähm, okay. 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 Nehmen wir mal alle. Mach lieber vor... Ah, ne, doch nicht. Aber mach nicht alle leer. Äh, ne, drei Stück. Tui, 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 tui. Mürren sind herzvoll. Findest du nicht mehr so schnell? Würde ich mal so sagen. Ich frage mich, ob man die überhaupt irgendwie findet. Außer bei... Wie hieß denn sie? ...dörfern. Ja. Das ist eigentlich... ...erst... ...stür. ...dür. Da ist... Ähm... Und du musst nur... ...dass man welche finden. Tobi, kriegst du jetzt heute? Kriegst du drei Stück? Drei. Jetzt sind wir dann... ...da. ...unddreißig. Hm. Ähm... ...ich weiß jetzt nicht, ob ich das Feld schon erweitern soll. Das wir mal eignen, wenn es um den Dschungelhands geht. Jetzt ist es halt so. Keine Ahnung. Ich sehe... ...ohle... ...drui. Hallo. Hallo. Ja, das war meine Schwester. Sandra. Die Stelle wird geschnitten. Ne, denke ich nicht. Zu viel Opfern. Hey, du. Ähm... ...ja... ...die Stelle... ...wolle jetzt hoffentlich geschnitten. Denn nicht der König, den Tobi. Jetzt kam seine Schwester. Ja, das ist halt... ...scheiße. Das ist Familiendrama. Drama. Jetzt kam wird schon wieder dunkel? Die eine ist die Hölle, die andere ist Familie. Hölle, Hölle, Hölle. Ach, wo geht denn mit zusammen? Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle. Also... Äh... ...dorfe ich hier das einfach erweitern? Oder ist das jetzt scheiße wegen der Terrasse? Wohin willst du denn das erweitern? Na, ich leere hier... ...Kakaobohn an... ...an... 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 ...siedeln. Genau. Doch, das geht. Die wachsen doch an... ...an... ...dschungelbeuen. Und wenn du die da halt so vorhin pflanzt... ...und wenn du die da halt so vorhin pflanzt... ...das sind nur so Stämme... ...ich würde sagen, wie geht das denn? Mach doch mal. Oder soll ich es ans Meer... ...oder hier so an der Seite... ...Kinami... ...ich wissen ja, aber ich finde das ist... ...schuldig... ...soll ich das da außerhalb machen? Ja... ...was ich mache mit meinem extra Bild... ...und... ...verzieh dich hier. Verzieh dich du Juni! So, ich finde... ...ich erweitere jetzt das Haus. Findest du? Findest du jetzt lustig? Ich finde alles lustig. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Hat nicht geklappt? Du hast... ...klein... 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 ...nehm... 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 ...zwei irgendwo... ...eine... Ich brauch mal kurz Ei... ...sch Lincoln... ...ja, ich habe mir Alkohol... ...Fall Dialog ном..., Oh, ich geh in den Kamin. Tuck, Tuck, Tuck. Das hat jetzt keinen Sinn gemacht, ich weiß. Was du mir jetzt machst? Jetzt frage ich mich. Wenn du ihr zu nahe kommst, siehst du? Auf jeden Tag, der Nacht ist da. Mach mir trotzdem ein bisschen. Aber wenn der Kevin das so sagt, vertraue ich ihm. Das will ich auch nicht. Ja. Sorry. Ich hab hier auch gar keinen Platz. Ich hab hier auch gar keinen Platz. Ja, das dürfen wir ein. So. Haben wir auch... Ich hab hier auch gar keinen Platz. Aber auch gar keinen Platz. Ich muss ja erst auslernen. Hast du aber auch schon wieder gar keinen Platz? Ja, wir haben es jetzt gehört, Tobi. Soll ich es für dich nochmal wiederholen? Aber wenn du so nett fragst. Aber bitte mit Sahne. Hör, hör, hör. 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 Wer es noch nicht wusste vielleicht, das gehört jetzt vielleicht nicht so richtig zu Minecraft oder so. Aber keine Ahnung jetzt. Ähm, ich spreche es einfach mal mit an. Microsoft hat Minecraft gekauft. Wen sie interessiert hat. Also manche denken, sie ist ja nicht der Marsch. Janten. Ist doch egal. Es ist halt Microsoft. Was denken wir? Scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Oder vielleicht kommen mehr Updates oder so. Keine Ahnung. Ich verstehe gar nicht, Tobi. Ich verstehe es auch gerade nicht mehr. Ich verstehe... Ach, komm, lassen wir das. Lassen wir das. Thema. Aber ihr könnt auch in die Kommentare Diskussionsthemen schreiben. Damit es für euch auch was ausspielen kann. Ja, wenn welche in die Kommentare schreiben würden. Ja, nicht ohne dass es sein Double S. Denn das finden wir auch was für Gute. So, der Auge muss weg. Die eine glassine von zwei Auge. Da älter die eine oben angeht. Es wird aber hier auch sehr, sehremorisch gelesen. Und es war ein Häusch. Das lache das. Auch so, der alte Börse sieht aus. Die andere Häusch. Aber es hat eine kleine Häusch. Ich will jetzt hier mal ein paar Samen raushalten. Oh! Ein paar Samen! Viel Glück! Viel Glück! So! Aber das würden wir, wenn ich glaube, habe ich es diese Folge oder das letzte Fall angesprochen? Mit dem Minecraft Online. Wenn ihr mit uns online spielt, das würde auch in Let's Play werden. Also ihr würdet dann auch im Let's Play drin sein. Ja, ihr werdet berühmt. Na, ihr werdet berühmt. Nach uns. Ja, aber das würde so sein. Und... Das kotzt mich jetzt an. Haben wir eine Schere? Keine Ahnung. Das ist aber auch nicht. Hier ist die Kakaobogen gewachsen. Ich will aber nicht, ob die schon reif ist. Ich glaube nicht. Doch. Geht die jetzt rein. Äh, äh, wenn ich sie abholse, dann... Klobe! Alter, Tobi! Ey! Ja! Das ganze Equipment! Jetzt ist es Klobe reif, oder? Ja! Was sind sie? Schon geht es weiter. Hier. Rosettengluten. Ne. Eisen. Eisen kriegst du denn? Ja. Immerhin. Ah! Es war offen. Fünf Stück. Ich will es. Brauchst du das Stuhlholz noch? Alles, oder? Was brauchst du denn du das? Zäune. Oder haben wir noch Zäune? Ja, hier Zäune. Ich nehme mir den mal. Na gut, ich... Na gut, ich... Mach... Du brauchst... Nee, ich hab kein Zäune. Es tut mir ja leid. Wie brauchst du es? Es ist Dschungelholz. Achso, ich dachte, du brauchst das jetzt. Nee, mach mal zu jetzt. Nee, mach mal zu jetzt. Wir gehen schon. Hier, die geile Schillecke. Hoi! Unsere Betten! Die Betten sind unten in der Truhe. Achso. Schnell es mal irgendwo hin. So. Da kommt wieder ewig. Ich weiß. Ich stelle dich dann nochmal hier in Gang. Gute Nacht? Doch, kein Doppelbett. Ist denn dann verheiratet? Oh! Ist doch bloß für eine Nacht. Nee, Tui! Nimm mit dir. Können wir so klein lassen. Von mir aus. Äh, die Folge neigt sich schon... Ja, wir schlafen halt. Ach nee. Ich wollte... Alter! Ey, du Arsch! Du sagst... Du hast mich immer schon geschlagen... Ey, Kevin... Du verstehst... Ja, ist gut, Kevin. Spielen wir jetzt... Alter, Tui, 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 Tui. Da haben wir immer Angst, ne? Ja. Das ist dir nicht. Nein, vor dir. Nein, vor dir. Irgendwann guck ich nicht. Aber es geht ja wirklich hier voran. Obwohl du... Ey, Kevin, ich breche gleich die Folge ab. Ich lösche unseren Channel. Den müssen wir sowieso abbrechen. Kennen jetzt. Das ist deshalb... Von mich der Tui hier noch kriegt. Dort unten ist er. Ach, eins, wenn wir das... Denk ich mal, wir sagen jetzt tschau, oder? Tui, was sagst du? Oh tschau? Ja. Dann halt das, ciao. Das ist doch mal.